Hier sind auch ein paar mächtige Gegner. Ich würde sagen Karlach nützt den Portalmann. Wir locken die und versuchen die hinter zu locken. Am besten wäre es wenn wir hier am Eingang kämpfen könnten. Die Portale müssen raus. Und die hier sind alle ziemlich stark. Keine Ahnung wie stark die sind. Ich glaube wir müssen uns einfach mal ausprobieren. Okay schade. Können wir eine Überraschung sagen? Wir dürfen auf irgendjemanden starten. Und die sind alle zu weit weg. Wir können vielleicht sneaken. Hm hm. Kann ich mal wieder gut. Okay, let's go. Du wirst das nicht lieben, Mann. Deine Verwaltung hat nicht unnötigt. Es wird bald zurückgekommen. Sehr schön. Wir müssen hier in der Mitte eigentlich ausschalten. Da sind ganz schön viele Flanke. Mal schauen ob wir das gebacken kriegen. Okay, wir können da nicht hin. Das Portal vernichten. Damit können wir das Portal nicht vernichten. Ob Ender das Portal festhält oder was? Okay, der Plan lief schief. Okay, so leicht so schwer sind die nicht. Ein Zauberspruch von ihnen sind halt echt scheiße. Es lief gewaltig schief. Jetzt schon. Nein, du nicht. Da steht jetzt jemand vor dem Eingang. Da können wir den auch nicht hin. Wir haben ja dieses hier. Hier zum Ziel hin können wir. Mit gehen, Rückzug. Blöd, dass ich irgendwie gefesselt bin. Das sehe ich wahrscheinlich auch gleich. Deswegen wollte ich die Portale schließen, weil die jetzt neu dazukommen. Aber irgendwie können wir das nicht. Ich bin gefesselt. Wow, fantastische Fehlschläge. Wir haben eine gute Verteidigung. Nicht so gut wie mein Angriff. Wir sind immer noch zu scheiße für den Kampf. Mein Charakter ist gleich tot. Der hat zu wenig HP für den. Ich habe immer noch 94 in den Spielen maximal. Ich weiß nicht, was da bei meinem Charakter schief gelaufen ist. Ich bin zu Anker im Arsch. Eigentlich sind die ja nicht schlecht. Die haben 78 in den Spielen. Das sind Gegner, die wir vom Level her hinkriegen sollten. Aber die haben verdammt viel Rüstung. Und die haben verdammt, deren Zauber sind einfach... Also angefasst schon klar, dass wir das hier nicht hinkriegen. Müssen wir auch nicht. Das ist so ein... Absolut kein obligatorischer Kampf. Ich bin natürlich jetzt noch zwei Runden verschenkt. Ah, oder nicht. Ich hätte auch einen Stärker nehmen können. Das ist generell ein bisschen fragwürdig. Was ich hier gerade mache. Und mein Charakter ist am sterben. Ein paar Zauber. Okay, wenigstens eine tot. Ich weiß nicht, wie ich die Portale schließen kann. Wahrscheinlich die Magier töten. Töten wir einen, kommen zwei neue. Das wird halt... Also wenn wir da nichts machen... Kalachos ist schon dabei. Ich glaube wir sind halt einfach... Dass wir die Wüsten-Level sind von dir einfach. Scheiße. Ah, okay, die Portale. Das Portal schließt sich. Natürlich ein Fehlschneid. Natürlich ein Fehlschneid. Und da stehen hier noch die meisten. Bis auf meinen elendigen Charakter. Konfuzio. Konfuzio. Konfuzio sagt, schafft diesen Kampf. Ok, ich bin mit dem Lizzie wieder dran. Natürlich ein Fehlschneid. Ich bin mit dem Lizzie wieder dran. Stufe 9 ist der. Interessant. Ich habe hier den ganzen Angriff verbraucht. Die müssen wir ausschalten. Vielleicht könnten wir noch einen zweiten Versuch starten, um das hier verpacken. Das heißt, die Portale ausschalten. Was ja der Plan war. Ja, Kämpfe sind so wirklich nicht meins. Der scheidenstarker Gegner zu sein. Die müssen wegkriegen. Schön, dass der Heider weg ist. Heider-Charakter. Neben der Treffer ist schon mal großartig. Kein anderes Lecking-Güber. Kein anderes Lecking-Güber. Da oben wird es gerade gebraucht. Nicht schlecht. Ich stehe doch in dir. Die Rüstung der Gefährngieße ist einfach zu gut. Kann ich mich bewegen, während ich mir versuchen rüber zu kommen. Um mal den verdammten... ...und das verdammte Portal zu schließen. Das ist nicht schlecht. Sie steht alleine dort drüben. Bis jetzt. Da kommt der Nächster. Einer sollte vielleicht mal... ...meine Karte halten. Ich kann Gail das irgendwie tun, wenn er bis dahin nicht stirbt. Ich bin dauernden Heilercharakter. Okay, der geht down. Irgendwelche Heil trinkt man. Natürlich nicht. Ein Gliese ist ganz stark. Die könnte was hinkriegen. Das ist nicht schlecht. Wir kommen aus der Deckung. Das ist nicht die beste Idee, aber... ...einer muss es ja mal versuchen. Okay, der ist da unten. Ich bin gleich weiter. So schade. Ah, immerhin. Kommt gleich der Nächste raus. Okay, wir haben Aussicht auf den Sieg. Ich bin gerade mit meinem Körper aufhelfen. Mist. Okay, der ist Wann wieder am sterben. Na komm, ich funktioniere. Nicht schlecht. So, das Portal ist zu. Das könnte mein Kriegen. Wir know das. Oh je. Das war aber nix. Verdammt. So viel sind es doch gar nicht mehr. Die zwei sollten wir eigentlich noch hinkriegen. Na komm, jetzt. Es liegt irgendwie mehr oder weniger als an dir. Ja. Und dann gehe. Sehr fein gemacht. Deine Bogenschützen und das kriegen wir doch hin. Okay, jetzt nur noch Letzel am Leben. So, das war's. Bitte mal aufhelfen, Letzel. Okay. Wo ist er? Wo hat er sich gelegt? Egal, Carla. Ah, jetzt hier hingelegt. Die Geize ist inzwischen sehr stark geworden. Im Kampf. Wir machen gleich eine lange Rast. Fürs Erste. Geflankt ja am Brust. Natürlich überlebt mich das. Von einem Sch特. Ich komme gerne an. Kohlenschwert. Oh, ah. Kann ich hier mal betonen. Obwohl ich da jetzt einmal behalten kann. Ich könnte hier mal beenden. Oha, geflänkt die Plattenrüstung, Großschwert, Neue Ausrüstung. Ach, 19er Rüstung, 6 bis 15 Schaden, sonst das Großschwert, das ist, das ist immer was. Klappenrüstung, Neue, noch ein Großschwert, noch eine Rüstung. Stift für der psionischen Bewegung. Das ist nicht schlecht. Der Flanke Langschwert, Plattenrüstung, wir müssen aber nur verkaufen, so viel können wir gar nicht gebrauchen. Bestimmt viel Geld dafür, wenn wir hübschen die Flanke, Schwerter. Viele sehen auf jeden Fall aus. 6 bis 16 Schaden, 5 bis 14 Schaden, 5 bis 14, 5 bis 14, ja, das ist schon das Beste, was wir genommen haben. Die Arme Brust, was bringen die Gefängnis, die Arme Brust, 3 bis 12, bis 12, bis 13, hm. Kann ich doch um eine geworfen. Ja. Neue Ambust für mich. Jetzt leer. Und hier noch die Magier. Kurzschwert. Dann den Nackt gemacht. Ja. Das können wir hier fallen lassen. Wir können ein paar Sachen verteilen. Spinnenhörer. Interessant. Ob ich die Lauten besser finde. Jetzt haben wir den Geschwere sagen wir irgendwelche Rüstungen dabei. Oder. Ich glaube das. Ich glaube das. Das wir nicht genommen. Hingenommen haben. Gut. Gibt es jetzt irgendwie was. Wo wir weiterkommen jetzt. Wir haben das verstecktes Imperators. Kippiert. Schmerz. Schmerz. Ich nehme das. Schmerz. 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 ist mal jetzt grundsatz zu verwenden nicht das besser wir müssen mal bezüglich zu einem händler 6 bis 11 bis 16 maximal schaden ist der größer muss das gelang schreckt was sie bekommen aber es ist wahrscheinlich getragen ich habe die Lüten noch nicht so im 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 Ich denke. Some... kodex gegen der mehr auch noch 4 bis 14 schaden die eigentlich nur wieder ab ja das war er hat nichts dazu zu sagen der berater vielleicht brauchen wir noch mehr kreis definitiv das werde ich mal mitnehmen ein bisschen getäuschend hier gerade eine schriftrolle mag ohne kleiner schrank kopfbedeckung messing stadt gewöhnt wie sieht es aus keine rüstungsklasse deswegen schon wieder überladen mit der armbrust kann ich den tag geben ein bisschen fernadisches eisen das würde gehen können ich kriege eine klau wir haben noch ein untotes untotes wesen bei uns im inventar hübsch eine andere farbe kopfbedeckung kopfbedeckung fantastisch und eine pferde und kronos für den avatar damit wir nicht vergessen welche wir sind Ok, hier geht es wieder hoch zum... Hier geht es in das Gasthaus. Die Taverne. Das ist falsch, ich weiß. Wir haben jetzt einen direkten Weg. Ich bin keine Satzung. Am Weg ist das, was es wert. So, wo geht es hier hoch? Die Karten sind noch nicht geladen. Hinten war irgendwo eine Treppe. Wir sind in der Küche. Ah, hier wo die Wehrwachen vorstehen. Wir merken, das ist ein Weg, das wir nachher wieder zu können. Diese wilde junge Betrachter. Ok. Ah, hier hat er unten ein bisschen hingeschlemmt. Können wir hier am Feuer mal ein bisschen zur Abwechslung, das wollte ich sagen. Mal ein bisschen spielen. Spielt irgendwo wer anders? So, die Wachen. Wir machen jetzt ein bisschen Stahlwacher. Na ja, sind sie überall. Das ist auch mal eine Belumene Abwechslung. Also das ist auch nicht so viel. Das ist auch eine. Und da... Instrument. Flöte. Ich möchte nicht einen Trommeln geben. Keine Nacht, du dir bestest. Ich bin direkt mit Magik. Und der noch ein, kein Instrument. Keine Nacht, das ist immer noch das falsche Loch. Das pustet einfach. Wenn hier wird so benutzt, wird das nichts. Kann ich hier irgendwas tun? Zarte Schuhe. Können wir hier austauschen. Das wird wohl nicht so sehr gefallen. Ah doch. Ich würde das Geld geben von. Eine Trommel haben wir hier bestimmt. Bis da eher... Da hätten die Trommel. Ich hatte hier auf jeden Fall eine Trommel. Ich hatte hier keine Trommel. Die Trommel. Ich nehme mal wieder die Lauter. Tja, habe ich wohl nicht. Oh, Katze. Oh, Katze. Ganz wichtig. Okay, Gerät und viel. Katze. Wir sind von uns im Lager. Wir sind von uns im Lager. Ich würde gerne mal versuchen. Ich hoffe, ich bereue es nicht zu sehr. Wir müssen früher oder später. Um Sazin da schweben. Früher oder später werden wir... Was ist etwas, was dich verletzt? Es sieht gut verschmiert aus. Ich glaube, wir müssen uns den Kampf dort nicht in unserer Zunge stellen, aber... lange noch. Also es spielt immer noch. Copper für eure Gedanken. Wird ja, dann in dieser Zeit stärken. Ich würde mal sagen, zumindest für die nächsten... Für die nächste Runde bis wir wieder einen langen Rast machen. Wie kann ich mir helfen? Ich werde so. Ich werde mit der Funktion mal versuchen. Das tue ich auch. Geh ist schon eine wichtige Kompagnon. Können wir gebrauchen. Ich würde mal hier mit Lars aussprechen. Ich will mal die Leihkämpfer ausprobieren. Zumindest mal für die kleinen Tränen von Sing. Wenn es jetzt scheiße wird mit dem, müssen wir es nicht normales probieren. Aber einmal will ich es mal gemacht haben. Nicht nur. Nicht nur. Nicht nur. Jetzt haben wir eine Auswahl. Da wir es noch gar nicht gemacht haben. Machen wir es jetzt. Oh, hier haben wir. Eldra Lutrin. Schlechteren von Leuten. Monstern und Süßbüren. Hier fand ein Nassgrab. Sie sind die Täter, das Chiyo und Tar. Sonst ist es ein Gehafter. Verbrochenen Magier, der Gehe ein bisschen ersetzen kann. Stufe 1 Magier. Wenn wir auf dich leveln. Echsenmeister haben wir jetzt. Zauberer. Schulke. Waldläufer. Paladin. Paladin dabei zu haben. Auf dich Romani stecht. Und auch ein paar Zauber Sprücher. Mönch. Können wir mal den Klassenausprobieren, die wir noch nie hatten. Kämpfer. Druide. Kleriker. Gimbardo. Paladinwerf ist nicht schlecht. Paladin war ein Mönch. Und noch nicht die Flanke. Und die war ein Hellbrook. Klerz. Klerz lebte viele Jahre als Paladin und Söldner. Diese Jahre waren kein Zuckerlecken. Einmal schloss Herz. Klerz Freundschaft mit einem einigen angenehmen Ugern. Dann legte die Waffen wieder und brachte ihn die Grundzüge höflichen Verhaltens bei. Ehe die Uhr war eines Nachts angegriffen. Ruden und Herz. Kerz. Ein weiteres Mal zur Vergriff. Können sie aussehen. Verbessern. Das sieht besser aus. Die Omasahmen. Ein bisschen zu zwangiger. Ein bisschen. Das war mir ein bisschen zu mild. Ob er nicht Paladin ist. Ich will das Tetrigier. Die Narbe Und die Wunden von seinem Kampf Und bei seinem krummen Gesicht findet man das krumm So ein bisschen würde ich sagen Wenn wir es mit kerzen gesichtsvermalung Alles bloß nicht die vögel Bisschen was Unkisches Kämpferisches wäre schon Was in der Geschichte Genauso Seine Feinde Spar und schwarz Augenwerken Hier das Blaue Und Glatze könnte auch gut sein Ein bisschen Haar würde ich denen geben Bloß auf kein Verblumpt Auf Weihre Und dann kurze Haare Ob es ein Zopf hier hinten Etwas Das auf keinen Fall Nee Ich muss nicht zopfen eben Ich bin ein kleiner Zopf Ich bin ein kleiner Zopf Das hätte was Naja das wird das Hat auch was Ich bin ein kleiner Zopf Ich bin da aber hier schwarz oder braun Schwarz Ja Ist doch super Dann passt dazu Wunderbar Und die gesichtsbemannung sind noch ein bisschen Es ist mir ein bisschen zu drüber Ich bin ein kleiner Zopf Ich bin ein kleiner Zopf Ich bin ein kleiner Zopf Ich bin ein kleiner Zufall Und ich bin ein kleiner Zopf Es ist mir ein kleiner Zopf Ich bin ein kleiner Z vamosphäre Das ist es mir nicht Die Margarita Ich bin ein kleiner Co Ich bin ein kleiner Zopf Ich bin ein kleiner Zopf Das ganze Vorgabe Verstehen? Oder was ist los? Natürlich können wir freie Mitarbeiter. Mal schauen wie lange der aushält. Jetzt leveln wir erst mal 10 Stufen. Stufe 2. Zauber. Hitches Göttliches Niederstrecken Reaktion. Göttliches Niederstrecken Waffenschaden. Zum Waffenschaden oder zum Waffenschaden. Also können wir nicht auswählen. Okay, Heilung brauchen wir nicht. Dauerndes Niederstrecken. Also können wir nicht auswählen. So ein Blödsinn. Ähm. Ich lerne als Spezialisierung in einem bestimmten Kampf. Die Verteidigung. Duell. Kampf mit großen Waffen. Leibwaffe. An Schildtricks sind Angriffe für deine Verbündeten im Nachteil. Während du dich im Abstand von bis zu 1,5 Meter befindest. Du musst den Angriff versehen können. Beteiligung. Ein Duell. Wenn du in deiner Hand eine Nahkampfer führst, die weder zweihändig noch vielseitig ist. Und in der anderen Hand keine Waffe führst, bewirbst du zusätzlich zwei Schaden. Mit großen Waffen. Wir brauchen wahrscheinlich nicht noch einen Damage-Deaner. Mit zwei Nahkampfer. Wir brauchen ein Lebensschild. Dafür haben wir angehört. Ein Leibwache oder Verteidigung. Angriffen und Verbündung. Nachteile. Ja, der Abstand ist ein bisschen das Problem. Wird beides nacheinander leveln in die Richtung. Wir werden jetzt noch ein paar Sachen machen. Ich mach mal erstmal hier. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen hier. Wir haben noch 10 mehr Levels. Talent. Ach du Scheiße. Ähm. Paladin. Mageltöter. Was macht das? C könnte etwas werden. Zum 10 Lebenden Schutzschild. Wachsam. Klassen. Wachsam. Kann auch gut sein. Nehmen wir das. Ich werde noch großartig. Was gehen jetzt wieder? Beistand ist gut. Das wohnendes Duell. Der Heimbrung jetzt nicht so unbedingt. Schutzvergift ist gut. Schutzvergift ist gut. Gut für Gunst. Das kann schon aus dem Team. Ich merke die kleinen Clusters. Das macht schon. Gibt es schon einige Sachen die hier. Also richtig. Upgrades gibt es da nicht. Bisher. Das wollen wir mit rein nehmen. Also das war der Zaubererlernen für uns weiter. Wächter das wollten wir. Fangschlinger. Vergeltung. Gelegenheitsvorteil. Das nehme ich. Was gilt Ihnen natürlich mal wieder, aber das ist hier auch kein so großes Problem. Werte der Vitalität. Streit der Heilige Macht aus. Was in der Nähe ermutigt. Ja das ist nicht schlecht. Tageslicht wird auch nicht übel sein. Gelegenheitsvorteil. Elementarwaffe. Oh. Ein Wiederbeleben. Oh das ist gut. Okay. Okay. Gibt ja noch eine schöne Rüstung von uns. Gelegenheit. Gelegenheitsvorteil. Egal. Gelegenheitsvorteil. Ja. Standardrüstung rausgezogen. Oh, halt Helltränke. Nehme ich da mal, wenn es dir recht ist. Ede und Ede, der Palladina. Ich klaut. Ich habe einen besseren Hammer dabei. Ich brauche eine bessere Waffe. Sieht es aus mit dem Dankschwert. Können wir das tragen? Keine Ahnung, was dabei ein Hammer. Ich brauche hier einen... Keine Ahnung, ich brauche ein Hammer. Keine Ahnung, das Kriegshammer. Können wir vielleicht führen? Ich brauche alles. 6 bis 18. Ich habe nichts gesehen. Ich brauche mich, ich brauche. Welche von denen ist besser? 5 bis 15, 6 bis 18 ein besseres Schild als ein Holzschild braucht er natürlich auch keine Frage Schild, 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 Schild und wo hat man hier ein Schild ein legendäres, ziemlich legendäres ich kann da nicht mehr reden ausrüstung Papieres Kroner, ok oh nein, das ist ein meiner die bruche ich schau dich an Geschoss, warum könnten wir was sagen sollen versuchen wir das ins Kleidung und dringend anderes Schild ein Wurfspeer ein Schild und ein Fernkampf ein Fränkantier anbust achso, das ist nur die Ausrüstung 2 bis 9 Charme Fettzer spielen kann. Ne, wirklich nicht. Schütt, schütt, schütt. Hey, wir hatten noch so ein legendäres Schild, das sie die ganze Zeit nur mit uns rumtragen. Jetzt haben wir dich hoffentlich nicht weggeschmissen. Was war in der Taverne? Ein Schatten, hätte ich oft gesimmert haben. Hat sich Geld das an sich genommen? làmst du? Mh. Hm. Ne, das war auf jeden Fall schon... Mindestens selten. Dunkler ist das Justizia-Hauptklappenpanzer? Okay. Tja... Dann muss er mit seinem Holzschild erstmal... Das ist lächerlich, aber... Okay. Hallo, Kärz. Okay. Okay. Wenn er mal für euch... Ich staunen, dass ich nichts besser zu tun habe, da zu Hause... Ich staunen, dass ich nichts besser zu tun habe, da zu Hause... Ich weiß nicht. Insofern... Welche besser use ist da von Zeit, als der Sprache? Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Die Erinnerung ist nicht verloren, ich versuche dir. Jetzt, lasst uns zurück zur Freie zurück. Da bin ich auf jeden Fall ein... Da bin ich auf jeden Fall ein Barbaren oder ein Kämpfer. Das kann auch nicht sein. Wir müssen auch mal neues Essen suchen. Oha. Passiert da was? Ein Gespräch. Ahem. Ähm. Wo sind wir? Temparator. Oha. Das ist gut. Oha. 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 Was ist in Ihrer Meinung? um keine zu direkten Hinweise zu geben ich bin mit einem Zaunfall oder so ich glaube dass wir es wirklich tun sollten wenn ihr keinen Gebrauch davon machen wollt dann werden nicht noch mal darüber reden wenn wir sie überzeugen und sich wirklich dann ich will es mir noch aufheben dass da mal Karlach so wie sie ist es ist so die Gedanken schinder Rüstung dass wir jetzt mit ihr darüber reden es ist so falls sie es noch nicht verstanden hat geht hier mal was ins Inventar so na dann wo wir jetzt wo landen eigentlich draußen vor der Tür ja es gibt einen Weg hinunter jetzt kommen wir mit beim nächsten Angrast bevor wir da runter gehen dann können wir zum nächsten Ernst auf den Kampf gehen dann gehen wir wieder mit aber vielleicht könnten wir mal den Kampf dort wo wir uns durchrennen wo wir durchrennen wollen mal mit ihm versuchen ich liebe diesen nicht geladenen Bildschirm und ich schweb mit ihm ok ich würde sagen schön passende Luft können wir noch ein Rundchen spielen wir wissen dass hier mit ihm unser ist oh Wie schreitst du dich? Du bist? 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 Das könnte ich mal allgemein öfter benutzen. Das war's. Kann eigentlich unser Freund hier auf Lutz spielen? Wir können es mal versuchen. Er kann es genauso schlecht wie Karl auch. Das ist mein Lieber mio. zwei die flöte spielen versuchen ein schönes bild schade dass wir keinen zweiten bahn dabei haben wenn wir uns zweit spielen hätten wir uns rekrutieren können aber naja das ist ein schönes bild und das ist ein schönes bild Hier kann man die Musik hören. Na ja. Da drüben liegt auch noch ein bisschen Geld drin. Das können wir endlich mal aufheben. Das müssen wir mit Bohnen aufheben müssen. Sogar gegen Mut hinstellen können. Die geben noch ihr Bestes beim Spielen. So wie das große Geld kann man damit nicht machen. In den Spielen haben wir so ein bisschen... Ein paar Guld. Kriegt man damit schon. Ach stimmt. Da war ja noch was mit Raphael. Nein, gut. Den lassen wir noch mal warten. Den lassen die Kerze schlafen. Abzug in die Kanäle dazu. Wenn man mich lässt. Hier geht's. So, da ist die Partling auch schon erreicht. So, sollten wir mal bald... Die Part bänden. Ich würde sagen, wir bänden den Notruf auf. Wo wir den begonnen haben. Hier unten. Im Versteck des Apartos. Jetzt können wir ja hier durch. Die Ritter der Tafelrunde. Die Ritter der Tafelrunde. Willst du tanzen? Wenn du insistest. Du wirst nicht erwischt, in mehr interessanten Zeiten leben. Es ist genug Zeit. Ich krefe Blut. Was zu tun? Ich kann nicht aufhören. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Beteilig. Wir werden uns erst mal weiter machen. Bevor es weiter geht. Bis zum nächsten Part. Da haben wir dann einen Plan. Oder auch nicht. Bis dahin. Schau, schau. Schau. Schau.